Unterhalb der Herzberger Papierfabrik Smurfit Kappa gibt es eine Brücke über die Sieber. Das ist ganz gut zu wissen, weil die Sieber eine geologische Grenze ist innerhalb von Herzberg. Und da sollte man schon Bescheid wissen, wenn man Wege abkürzen kann. Von hier aus geht es hinter der Fabrik hinauf zur Hütuferstraße und Bergstraße. Da kann man zu Fuß, wie man an dem Schild sehen kann, ganz nett abkürzen. Auch von der Brücke hat man einen sehr schönen Blick über die Sieber in Richtung Papierfabrik und kann dort das Wehr bestaunen. Hier die Brücke ist noch besonders erwähnenswert, weil es auf beiden Seiten Wege entlang der Sieber gibt. Also wer sportlich unterwegs sein möchte, der muss nicht unbedingt um den Jues herumlaufen oder die Feldmark aufsuchen. Man kann auch rechts und links von der Sieber hier Sport treiben und zum Beispiel joggen. Diese Brücke ist für Fahrräder wohl nicht freigegeben, deswegen muss es zu Fuß sein. Aber man kann hier ganz wunderbar Sport machen und kaum abkürzen, denn so viele Brücken über die Sieber gibt es nicht. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft, das Video bis zum Ende zu schauen. Vergessen Sie nicht, den Channel zu abonnieren und über einen netten Kommentar freue ich mich auch immer. Hier sind noch zwei Vorschläge, die jetzt unbedingt angeklickt werden wollen. Und ab und zu mal im Channel vorbei schauen! Berlin 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 Vielen Dank.